Boah, ich bin in blau, aber ich will nicht in blau. Warum bin ich in blau? Gibt's nicht rot? Ich will nicht in orange. Oh ja, blau ist geil. Blau ist geil. Ich will nicht in pink, ich will orange. Ey, Zocke, wir fangen an. Begrüßung. Du spielst einen weiblichen Charakter. Jetzt brauchst du noch begrüßen. Ich hab gesagt, wir werden los. Blau ist eh geil. Weil, ich weiß nicht, gibt's eigentlich... Wie viele Farben gibt's eigentlich? Äh, 4. Nehm ich an. Sexy. Juhu. Also Leute, wir schauen das aus. Keine Begrüßung. Es war die Begrüßung. Jetzt geht's los. Grüß dich, wir wollen loslegen und nicht... Palabern. Palabern. Oh. Dreck wieder. Das gibt's doch nicht. Ups. Nein, ich bin durch deine Spur durchgefahren. Ja, läuft. Wie lange zieh ich denn die? Okay. Ich fahr mal gern durch meine eigene. Fuck. Ich bin durch Kissen formelt Spur durch. Weil, ähm, ja. Bremsen ist wohl nicht so. Oh, fast. Gibt's eigentlich irgendein Special Bonus Ding, oder? Ich bin doch meine eigene Spur. Ja, es gibt Speed. Ah, ich hab den jetzt aus Versehen eingesetzt. Und bin in die... Linie gefahren. Was? Der hat eine Hupe? Wow, fuck. Batsy. Das ist keine Hupe, das ist dein, ähm... Das heißt halt, dass du leer bist an Spezialsachen. Das klingt komisch. Okay, ich hab... Ha, jawoll. Das heißt, du hast kein Ojo. Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Ich hab mich selber eingekesselt. Ja, läuft! Das ist mir auch schon oft passiert. Ja Gott, du darfst deine eigene nicht mal ein bisschen antipsen. Ah, fuck. Kissenformel, der war gut. Ich hab zwar damit gerechnet, dass du so einsetzt. Bin trotzdem reingefahren. Ich muss auch mal die Special Dinger einsetzen. Wow! Wow! Selbstmord hab ich begangen, weil ich da reingefahren bin. Okay, gut. Alter! Was ist denn mit dem Kissenformel los? So. Dominiert mich gerade. Ah, das ist ein Sprung. Okay, gut zu wissen. Nein! Wow! Ja, den Sprung muss man aber echt timen. Das ist echt fies! Was haben wir hier oben? Nein! Ach, komm! Wow! Wow, warte! Mein Strahl ist weg. Mein Strahl ist weg? Oh Gott! Ich wollt gern mal Zeitlupe ausprobieren, aber ich gewisch das einfach nicht. Oh nein! Ich fahr über die Karte raus! Scheiße! Ich glaub ich bin schon wieder der Schlechteste, oder? Ne, nicht mal. Du hast nur einen getötet. Oh! Ich hab auch nur einen getötet, aber... Ah, Werzi, du haust mich runter! Hahaha! Oder nein, das war Pink, das war Waki, oder? Kann das sein? Oder war das Grazi? Ja, endlich mal wieder Kissenformel erwischt! Überhaupt mal Kissenformel erwischt! Nein! Darüber her! Nein! Ah, man darf auch nicht stehen bleiben! Okay! Gut, das muss man doch sagen. Okay, ich kenn den Spielmodus noch nicht. Boah! Boah! Gerade noch weggesprungen von Kissenformels Linie! Hahaha! Ah! Nein! Schon wieder hat er mich! Spann! Boah! Ich hab den Kissenformels Linie! Nein, nein! Du, 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 du! Wo steht der Gegner? Ich seh grad auch kein Gegner. Ich seh grad nur die Linien von den Gegner. Ja! Ja! Ich hab doch gedrückt, du Stück! Boah! Nicht meine eigene! Da war ich zu schnell! Definitiv! Ich hab... Nein! Ich fahr in seine Reihen und wollte immer hinlegen! Ja, läuft! Boah! Ich bin gleich weg! Boah! 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 Schande! Dann hab ich nicht kommen uns in den Beds jetzt! Ich dachte, ich flieg jetzt in deinen Strahl rein! Nein, ich will nicht mit Kissenformeln allein sein! Oh, warte! Ich kann jetzt nur zuschauen! Na, ich greiß mich grad wieder selber ein! Ich hab nicht meine eigene Bremsspur reingefahren! Nein! Ich auch! Hat selber einen gekreist! Das müssen wir sehen! Okay, das... So... Boah! Sexy! Blöds ist witzig! Ja, diese Spielmodus ist witzig! Ja, diese Spielmodus ist witzig! Habe ich gar nicht mitkriegt. Reicht eigentlich eine Runde oder hätte man zwei machen sollen? Neh maa. Ich sag das ist ne Version von der Runde. Und die kommt nur das. Uuuuh. Oh, ist da noch in der Mitte oder? Oh, die freundlich sind eben. Oh. Oh, ich küss mich mal. Ja, was mach ich mal in der Mitte? Ah, okay. Oh, oh, oh. Ganz in der Mitte ist das noch. Ja. Wunderschöööön. Soki. Du bist der Beste. Du bist einfach nur der Beste. Was sind denn das für Störungsendgeräusche. Mein Motorrad macht... Wow, betrifft uns. Nein, ich rutsche runter. Scheisse. Ja, klar, Motorrad gibt nur alleine Gas, drückt L2 und das Scheißteil wird leider. Ja, du darfst ja nicht stehen bleiben, deshalb. Ah, fuck! Ach, das ist gar kein Loch übrigens in der Mitte, gell? Das Loch kann nicht rausfallen. Echt? Hä? Was? Ja, Gott, drüber! Ja, klar, weißt du, jetzt läuft der wieder durch und wird nicht geprägt. Das ist wie? Fuck! Schmauern! Oh, dann! Oh, ich hab' die Einheit durch! Wow, drüber gespielt! Ach, man kann springen, oder? Oh! Ich hab' das auch mal weiß. Hey! Oh, hat's doch wieder klappt? Schande, ich bin da urschlecht in dem Spielmodus. Das ist ja lächerlich. Ah, die waren zwar kein drüber. Oh, nein, 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 nein! Oh, war das knapp! War das knapp! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja! Juhuuu! Oh! Nein! Oh! Die Spuren sind so geil! Stimmt teilweise echt gut! Oh! Oh! Nein! Oh Gott im Himmel! Was ist denn los erst? Oh! 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 I'm back in the business! Nein! Nein! Hilfe! Der erste Gegnermodus kreizeit mal Spaß macht. Ach, ich fand's doch schon Mehrweg-Gegner-Modus wie ganz lustig. Oh, der Hellowind-Bling! Wo man mit dem Fahrrad von soem Truck wegfahren muss, fand's auch ganz lustig. Ah, scheiße, du warst schneller als ich, das ist so fies. Also du magst irgendwie meine pinke Spur. Alter, ich bin, ich, es ist gleich vorbei mit mir, das ist ja Wahnsinn. Wenn jemand, braucht jemand einen Vorteil, Vorteil! Und ich versau meinen! Ja, läuft! Oh, geh mal weg mit deinem anderen. Scheiße. Nein! Der Vorrat hat keine Lenkung. Ja, vor allen Dingen hat es auch keine Handbremse, das ist voll ungeboten. Immer wenn wir Leute in den Karren reinfahren würden, habe ich immer gerade keine Spur. Ach, da ist doch kein Loch, merke ich gerade. Ja, oder er springt drüben. Das passiert mir auch gerne mal. Los! Meine Bremsstreifen werden dich killen, Junge. Nein! Nein! Er war schneller! Ich wollte auch gerade auch so ein Schiff. Ja! Ja! Schande! Ach, bremst doch du dreckiger Gaul! Äh, das gibt's doch nicht! Und über Zockis Spur drüber! Ich merke es, ey! Ich bin halt gleich krämig in den Grenzen drin, deswegen... Ja, alles klar! Es kommt wieder raus! Haaa! Kacke! Boah! Bety! Schaacke! Die Shiitzeb! Boah! Die Shiitzeb! Und da was auch der Brember... Boah! 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 Ja ich habe jetzt alles riskiert und ich stirb. Nein! Das war jetzt der, das habe sogar ich gesehen, dass das blöd war. Ja. Einfach gerade das weiterfahren. Bei 1, 2, 1 bin ich sau schlecht bei dem Ding hier. Ich habe das früher auf dem Computer gezaukt. Wo du nur so zickzack hast fangen können. Ich kenne das noch von dem Tron-Spiel, da war das auch dabei. Aber hat doch noch gut geklappt. Also cool, wenn ich den Spiel auch hätte, aber habe ich leider nicht. Den kann man sich ja kaufen, die Auskunft. Ach so? Naja gut, aber im Deathmatch. Wobei, vielleicht bringt der Helm ja was, gell? Ich war noch durchsichtig zu. Ja ja, ich weiß aber trotzdem bin ich aus dem Weg. Nein! Oh fuck! Bist du auch dort? Ja, wir haben uns jetzt gegenseit. Ja. Oh schönes Ding. Ja, wir haben uns jetzt gegenseit. Ja. Ja, komm, jetzt habe ich mal hier rein. Und wieder klappt die Bremse nicht. Ja, die klappt sehr schlecht. Das ist glaube ich aber Absicht. Ja, das ist sehr schlimm. Nein! Da habe ich keine Chance gehabt, das war blöd von mir. Ja, die Handbremse geht auch nicht. Jetzt habe ich eh keinen Astral. Ah doch, jetzt aber. Ja, jetzt. Hat aber lange gedauert. Moment. Oh, Speed. So, noch kann ich durchfahren. Bisschen hört sich das an, wenn der Strahl losgeht, als macht man Lichtschwert an. Wow, zum Glück ist der Waki selbst weg. Nein, ich habe mich selbst eingekesselt. Ich bin so blöd. Oh, mein eigenes Spielwerk, wie die alle fahren. Schande. Das sieht geil aus. Er spricht. Keine Linie vom Zock. Man muss die andere reinzufahren. Nein, das war zu eng für mich. Keine Chance. Ich bin so blöd jetzt in dem Spiel. Das ist unglaublich. Das liegt mir nicht. Aber ich finde es witzig. Das ist wichtig. Ich habe das Gefühl, dass mein Motorrad viel langsamer ist, als der ganze andere ist. Nein, der ist gar nicht hoch. Ich will da nicht drüber springen. Ihr springt alle drüber. Ich auch. Fuck. Ihr gebt mal Speed, ja. Gebt mal Speed. Ein bisschen Speed. Ja, jetzt aktiviert sich der Speed natürlich. Fast runtergestossen. Das war der Plan, aber... Das war der Plan, aber... Da bleibt ein bisschen Speed her. Okay, ich habe mich gerade selber eingekreist. Wieso hast du das? Wieso kann ich da nicht ausweichen? Ich konnte nicht lenken, richtig. Zeitlupe war. Ja eh, aber... Ich habe gedacht, Zeitlupe ist gut für mich. Wow. Der Zeitlupe kriegen alle. Ja. Es ist... Es ist immer entscheidend, wann du sie einsetzt. Wow. Das war echt knapp gerade eben. Kann jetzt einer aktivieren. Für alle nicht. Ach klar. Die Kissenformel ist ja noch gar nicht da. Ja. Ich muss meinen eigenen Kreis wegfahren. Oh, 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 oh. Ich kreis mich gerade selber ein. Nicht gut. Oh, ich sehe es. Ich helfe mir da nicht. Wow. Fuck. Nein. Das wäre schön gewesen. Hätte ich es geschafft. Wow, von wem war die Zeitlupe? Von mir. Keine Ahnung. Sehr gut. Danke. War nicht mit... Achso. Was soll ich sagen? Nein. Was soll ich sagen? Scheiße, da war er zu schnell. Sie machen alle. Oh, es ist von mir vorbei. Schande. So schnell bin ich weg. Das ist blöd. Ja, aber das ist diesmal eine knappe Runde bei uns. Oh, Orca und ich waren im Duell. Wahnsinn. Sind alle weg? Ja. Okay. Komm mal her. Okay. Wow. Betty, Betty, Betty. Oh, schön. Wow, der kann mich... Wow, du kannst mich schubsen. Ja. So, jetzt geht es um die Wurst. Eins, eins noch. War das fies jetzt. Nein. Oh, fuck. Der war gut, Orca. Danke. Der war gut. Super. Super duper. Aber jetzt war es ja schon viel knapper, die Runde. Hm, war immer besser. Wobei ich jetzt die Map auch für sowas mit am besten fand bisher. Da bin ich doch orange. Oh, das ist geil. Ich weiß nicht, wenn es dann so pink wird. Oh, ja. Geil mit Röhren. Und ich habe nicht mal ein Tor bestatten bekommen. Ich... Ja. Oh, ja. Oh. Oh. Wee. Wow. Oh, hallo, Kissenförde. Oh, wenn sie da nicht vorbekommen... Oh. Nein. Ja. Fieser Zocki. Fieser Zocki. Fieser Zocki. Fieser Zocki. Fieser Zocki. Fieser Zocki. Ach, klar. Scheiß, Mann. Nein, ich bin stehen blieben. Fuck. Ich bin hängern blieben. Blödsinn. Wenn der Zocki in einem Spiel ein Endgegner ist, weißt? Er ist der Zocki und dann mutiert er zum fiesen Zocki. Fieser Zocki. Tja, ich digitiere, Alter. Ich bin ja Wahnsinn. Was du digitierst? Ja, ja. Ich... Digimon. Kennst du nicht? Nee, ich hab das nie geguckt. Ich hab nach Pokémon ausgehört. Der Herzen ist so komisch. Ey, das sieht ja aus. Also leicht ist es aber nicht, durch den Wing zu fahren mit Motorrädern. Wo sind meine Gegner? Boah, grad so fast in Orca-Sein reingefallen. Ich hab so'n Buddy-Hop gemacht, wo du siehst und bin da hin reingesprungen. Ich bin schon wieder hängern blieben. Wie blöd! Scheiße, ich hab immer dachte ich... Ich weiß nicht. Fett sind Batsy weg. Hab nicht zogen. Passt aber nicht. Na, hab nicht zogen. Hat nicht gefetzt, Zocki. Das war voll in... unfett zu leer. Flatulenzen. Einfach so ist es. Oh, ausgefiegt in Orca sein rein. Ich find' hier kann man auch nicht wirklich irgendwie einen Sprung oder so was benutzen. Doch, du hörst das nicht mehr. Nee, nee, das ist mir klar, aber ich meine, hier in der Map meine ich ist es... Perfekt! Was will überhaupt einen Sprung nicht finden, wenn man nicht mal drüber springen kann? MEIN! Scheiße! Die Kurbel nicht richtig kriegt! Komm Kosten vor, wir treffen uns in der Mitte! Fuck, 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 fuck! Oh, hab's doch rüber geschafft! Nein, ich bin in den Seiten reingerutscht! Ah, Scheiße! In der Röhre wird's echt eng! Wow! Wow! Ich konnte nicht weg! Schande! Jetzt ist es gleich vorbei, jetzt ist es gleich vorbei bei mir! Du hast doch noch drei! Ja, wusste ich nicht! Ja, wusste ich nicht, weißt du? Ja, wusste ich echt nicht jetzt dann! Jetzt geht's ja dann langsam echt auf den Sack! Fick! Ah, nein, 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 nein! Falsch! Falsch eingesetzt! Wenn ich's weitermache, bin ich schon auch weit weg! Scheiße, scheiße, scheiße! Gott, scheiße! Ich hab' mir gedacht, den Betsy krieg ich damit! Nee! Aber jetzt! Ah nein, der Betsy fahrt nicht durch die Röhre, der Pisser! Hast du Angst? Jetzt fahr' ich jetzt jetzt! Jetzt fahr' ich doch durch! Jetzt ist los! Ich fahr' Folge deiner Spur! Ja, Folge meiner... Nein! Schande! Da war der Betsy schneller als ich! Dann er furzi! Na, 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 na! Nicht stehenbleiben! Nicht stehenbleiben! Oh, das war knapp! Nein! Ich fahr' jetzt in meine eigene rein! Nicht stehenbleiben! Ach, fuck! Wow! Ich dachte, da wär' der Zocki dann irgendwie... Irgendwie... Ja, das war ganz knapp! Little Problems oder so... Leider... Ich hab' so zu! Oh, nein! Ja! Fuck! Jetzt wird's knapp zwischen dem Zocki hier! OOIN! Ich hör' die ganze Zeit nur Schreie! Das Spiel spielt man nicht an, das brüllt einfach nur blöd! Ja! Ach, bewege ich nicht mein Motorrad durch Lautstärke? Doch! Nein! Doch, natürlich! Wie hab' ich denn jetzt das Ding vernichtet? Oh, wow, das wird knapp! Oh, wow! Das wird knapp! Klappt noch nicht so, wie ich's mir vorstelle! Nein, 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 nein! Oh! 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 Ich hab' gewonnen! Zum ersten Mal läuft er! Super! Ja, bei Tron! Also... Ja, bei dem Modus, okay? Ich hab' meinen Vater befreit! Alles gut! Ich hab' eine Runde gewonnen! Nee, der hat auch schon gewonnen! Jetzt hat jeder schon mal gewonnen! Ja, genau! So, ich hab' meine Unkelkaratina weg! So, ich hab' meine Unkelkaratina weg! So, ich hab' meine Unkelkaratina weg!